So, Leute, wir sind jetzt hier gleich bei MEGA und das ist hier mal so ein richtiger Männerbetrieb. Die machen so Sanierung, Renovierung, Modellisierung. Von am Starten, da gehen wir gleich rein und geben dem mal den Preis. Bis dann. Mega. Schönen guten Tag, können wir Ihnen weiterhelfen? Ja, ich suche eigentlich hier einen Auszubildenden. Ja, da sind Sie genau richtig, den Auszubildenden im zweiten Lehrjahr. Sehr gut, denn ich habe hier was abzugeben. Wenn ich mal einmal kurz dürfte. Ja, packen Sie auf. Es geht auch sofort los. Ah, da kommt noch eine zweite. Ja, wunderbar. So. Ja, so. Ja. 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 Wunderbar. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke auch. Ein kleines Ständchen für Sie. Danke. Und dann haben Sie noch einen schönen Tag. Danke. Gleichfalls. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.